Und ich kann nur sagen, wer hier war, der weiß, Rheinland-Pfalz ist auf einem guten Weg, was die Digitalisierung betrifft. Hier auf dem Digitalforum haben wir hervorragende sommerliche Stimmung und begeisterte Menschen, die sich für Digitalisierung interessieren. Digitalisierung ist mehr als Bits and Bytes. Darin liegt eine große Zukunftschance. Wir können maßgeschneiderte Lösungen, Smart Services entwickeln für unser Leben hier im Flächenland Rheinland-Pfalz. Und wenn viele mitmachen, werden wir auch sehr erfolgreich sein.